Warum geben Sie Lukas Mandl Ihre Vorzugstimme? Ja, der Lukas Mandl ist für mich ein glührender Europäer. Er ist ein Mensch mit Handlerqualität und ich glaube, das sind schon sehr wichtige Punkte. Warum soll Lukas Mandl wieder Rot-Weiß-Rot im Europaparlament vertreten? Ja, ich komme selber aus dem ländlichen Raum und ich schätze das sehr, dass er den ländlichen Raum auch gut vertritt. Und ich habe es selber erlebt bei einer Veranstaltung, einer Diskussion, wie darüber informiert wird, wie man zum Beispiel Förderungen aus dem Fonds für regionale Entwicklung lukrieren kann. Und ich finde es sehr wichtig, dass man auch eine gute Unterstützung von einem Politiker bekommt. Was schätzen Sie an Lukas Mandl? Ich schätze den Lukas Mandl, weil ich ihn sehr, sehr lange kenne aus Niederösterreich, aus seiner Zeit, als er Landtagsabgeordneter war. Und natürlich auch jetzt, seit eineinhalb Jahren Abgeordneter im Europäischen Parlament ist. Und ich schätze ihn sehr als verlässlichen und kompetenten Politiker. Bei der Europawahl am 26. Mai ÖVP ankreuzen, Mandl hinschreiben. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017